Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Yu-Gi-Oh! Opening und zwar habe ich ja beim letzten Mal bei der Verlosung ein Display gewonnen vom neuen Set Power of Elements, das öffnen wir heute und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! Da haben wir jetzt dieses Giveaway Display eigentlich, weil es ja für Giveaway geworden ist, und am Donnerstag seht ihr jetzt das Case in Englisch, da freue ich mich auch schon drauf, schauen wir mal was wir da rausziehen werden, wenn ihr auch ein Local Store in eurer Nähe habt, schaut hin, da kriegt man halt eben so Giveaways nur durch das Teilnehmen und das Mitspielen, da gibt es immer wieder Verlosungen, genau, weil ich habe komplett schlecht gespielt und habe aber, Ja, da sind wir es gewonnen, welche Seite liebsten? Wichtig, weil welche Seite nehme ich? Was fragst du überhaupt? Na, gehen wir rein da? Was sagt ihr, ob zum ersten Dissue, was wir geöffnet haben am Donnerstag, das soll ja auch schon brutal, oder? gute Ausbau heute oder für den Auftakt, das mit, hoffentlich, stopp! Ich frage ich an, ob das mithalten kann, naja, sind wir gespannt, sind wir gespannt, so, Frühlings-Sülfe und die Blumenknospen, dann Frühlings-Sülfe und der Jahrzehntenwechsel, Eisjahreschöpfung, Sprite-Gamma-Ausbruch und Edelstein-Ritter-Quarz Das heißt, vier Karten sind auch wieder... Genau, Eisjahreschöpfung, naja, machen wir Tricky Hissjahreschöpfung Ne So, was hast du in deinen ersten Bauster? So, ich habe Mimis, Mimise-Elefant, Guti-Ketten, Doppel-Stopp-Tornado-Zwillinge, morph-tronisches Telefon, markierter Inzentral-Dogmatiker, Frühlings-Güffe und die Blumenknospen, Tränenklage, Merli und... Nein, noch einer Wir haben Werkzeug-Tapfen-Dache So Dann gehen wir in das Display, sag ich Display, sag ich in das Booster So, Vorhut des Untergrundkeits Geil Dann haben wir Boxen-Ritrain-Early Dann Tausende Berge Spread-Red Lustige Melfis Markierte Ausbetreibung Und Stern-Fusion Ja, theoretisch 6 Hits sollten wir an, 2 Secrets und 4 Ultras Na gut Ist aber nicht so schön Na Vier Karten Und hinten nach vorne So, wir haben das Gankensushi-Brot Nightmail-Der Dunkelbinder Narbe des Verschreckens Gravel-Soma Tränenklage-Harmnis-Querhüter Die Berge Sprite-Gammer-Ausbruch Und wir haben die Edelstein-Ritterdame-Rosen-Diamant So, wann kommt die erste Wann kommt der erste Hita Hita Aus dem Freaky-Fa-Way-Pack Richtig Rika-Prinzessin Dann Morph-Tronischer Umwandler Nightmail-Der Dunkelbinder Gravel-Soma Überfusion Dann Blumenreiche Felder Sprite-Karotte Tränenklagen Schreithart Und Kreaturenanzahl Von Kaiser Tankuki Tanuki Tanuki Nicht Tan Kuki Tanuki So Was hat er da drinnen? Was hat er da drinnen? So, wir haben die Schlange Orbit Die entlegensten Tiefsten Tiefen Im Wälderall So Den Dreimenden Moki Moki Vergnügte Attraktion Sehr coole Karte war's im Sneakpick Markierte Austreibung Tränenklage Dann Eisjahre-Schöpfung Und Wir haben Punk-Jam-Drachen-Driver So Oder haben wir ein ur-schlechtes Display Oh, gut Das Starlight wäre halt cool Das wäre brutal So Hydro-Lander-Orbit Morph-Tronisches Telefon Proper-Kar-Danke Drinnen Kragen So Und Was haben wir da? E-N-Welle Wir haben E-N-Welle 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 K Nu- given E-N-Welle 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 Keine Elf E-N-Welle Keine Elf Die kriegt die Sulf nicht auf Então Jetzt köchst du noch So, wir haben die entlängendsten Tiefen, Morph-Tronischer, Umwandler, Aparate-Spieler, Skunkan-Chief, 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 Eiseade-Schöpfung, Brillante-Rose, Ziffernzerstörer, Training-Lage, Marion, Sprite-Starter, sehr coole Karte, starker Hit, will man gerne haben, sehr schön für Sprite. Na, schon mal erster Hit, ein guter, der ist sehr gut, gut die Kette, dann der Elefant, Melfi-Wally, die Blumen, Querhüter, markierte Austreibung und Tränenklage, Schrein, der Shirin, aber genau lustig wie, wenn es du nicht siehst, ziehe ich auch eine. Ja, wirklich. Trotzdem, Secret fehlt noch, oder? Ja, vier Hits brauchen wir noch in dem Set, oder jetzt halt. Gib ihm. Also, es leuchtet auf der Seite, dann geht's los. Also, aus dem Preis, aber Display, das wäre schon hart. Ich meine, ich habe es Maus suchen können, aber einfach ins Case reingriffen. Hier war Melfi und Schiff, Fede Gute. So, jetzt ziehe ich ein Secret und du ziehst ein Secret nach. Okay. Wir haben jetzt nur noch zehn Booster, vier Hits. Na, sollte jedes zweite theoretisch dann gönnen. Sprite, Pixies, Tränenklagen, Metallärm, Tränenklage, Havnis, Tränenklagen, Schreitart und Exorcister. Ist das ein Starlet? Nein. Aber ist nicht ein Starlet? Nein. Die andere. In der Exorcister gibt es ein Starlet, oder? Mhm. Bring mal. Das ist kein Starlet. Nein. So, dann Propagandake, Extreme, Doppelstaubtonade, Zwillinge, Morphtonisch, Telefon, Spritekarotte, Sprite Road, Sprite Deck, Sprite Schmetterer, Rücksgriffe und Großzahn der Rache. Das heißt, wenn Gott sind noch die Secrets. Ja. Zwei? Sechs Hits noch, na vier Hits noch in acht Oster. Uh, Aerotisble. Na, das kommt alles jetzt am Schluss an. So, was haben wir da? Ein Wachposten des Scotty, dann Blumenknospen, Sprite Red, Brillante Rose und ein Aschura-König, den, was man nicht ziehen will. Den, was man nicht ziehen will. Ah, schade. Aber eine Secret. Das heißt, du ziehst jetzt auch ein Secret nach. Glaubst du, dass ich jetzt auch einen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Nabe des Verschreckens. Morphthronischer Umwandler. Ashkan, der Zweiniger-Goti. Morphthronischer Scanner. Training-Krage. Sudl-Crash. Ziffernzerstörer. Überfusion. Taufende Berge. Und... Instant Contact. Aber ich habe wirklich, wie gesagt, das ist... Nachzum hast, ja. Zweite Secret Rear Instant Contact für Elemental Hero aus einem extra Deck-Special. Aber es fehlen noch zwei Ultras. Ja, genau. Zwei Ultras. Was wird das wohl sein? Keine Ahnung, schauen wir mal. Hoppala. Oder vielleicht haben wir wieder auch mal drei. Oder vielleicht mal eine Starlet Rear. Kann auch sein. Kann alles sein. Und... Punk Jam Extreme Session. So, dann haben wir Vorhut des Untergrund Kaisers. Morphthronisches Orphon. Gotti-Kette. Die entlängendsten, tiefsten Tiefen. Markiert in Zentraldogmatica. Dann blumenreiche Felder. Gefräßiges Verschrecken. Brillante Rose. Und... Therion, Kaiserin, Alessia. So. Zwei gehen noch ab. Ja. Vier Booster, zwei Hits sollten wir auch haben. Mhm. So. Der Elefant, der Narbe des Verschreckens, dann Terror-Terrors des Oberholz, Sprite-Schmetterer, Melfi-Pini, Sprite-Gammer-Ausbruch, Querhüter und Flammen-Kumpan-EK. Zwei Booster noch. Du eins noch. Ja. Drei Booster. Solltest du jetzt eins haben. Oder sind beide am Schluss drin? Kann alles sein. Oder ich habe beide drinnen bei mir. Das war brutal. So. Da haben wir den Wachposten der Guti. Mimese-Elefant, Rika, Prinzessin, Doppelstaub-Tonado, Zwillinge, Training-Klage, Schreithart, lustige Melfis, Querhüter, Querhüter, Training-Klage, Metallärm und Sprite-Strahl. Ein guter aber. Guter aber. Guter, ja. Guter Super-Rare. So, das heißt, theoretisch müssten wir jetzt beide eine haben. Was wäre denn da noch gut zum Ziehen? Alles was Sprite ist. Alles was Sprite ist, ja. Ja. So, Sprite Pixies, markierter Dogmatiker und Sprite Elf, ja. Sprite Elf. Sehr geil. Guter Hit. Ja, stark der Hit. Also bis jetzt, die Super-Rares sind besser, ah, die Super-Rares, die Ultra-Rares sind besser als die Secrets, ja. Nice, die Elf haben wir da noch drinnen. Stark. Ja. Schaut sich schon aus. Und, was habe ich? Mhm. Ich muss ja auch noch einen Hit haben. Ja eben, du musst auch noch einen Hit haben. So, Sprite, Sprite. Könnte sogar Starlet sein. Was Starlet? Ich würde bitte hören. Könnte sogar Starlet sein. Geh. Schauen wir mal. Treibender Moki Moki. Vielleicht irgendein T-Element wäre auch mal sehr gut. Für auch ein Pick-Hit. Vielleicht um die Secret-Rares ein bisschen auszugleichen. Mhm. Sprite Karotte. Ziffernzerstörer. Melfi Pinney. Was ist die letzte Karte? Uh. Sehr schön. Nice. Tränenklage. Kit Kalos. Auch sehr gute Karte. Also die Ultra-Rares. Die Ultra-Rares. Die Ultra-Rares. Ja. Ich glaube, beide Secrets zusammen ist jede Ultra alleine besser als die. Stark. Gute Hits. Das ist halt der Starke an dem Set. Selbst wenn du jetzt schlechte Ultra-Rares ziehst, äh Secret-Rares ziehst. Kannst du gute Ultra-Rares drinnen haben. Können die dich komplett wieder rausreißen. Ja. Spielt man dreimal. Spielt man zweimal. Spielt man auf jeden Fall dreimal. Das kostet das sehr stark. Aschura-König hat noch nicht die Meter gefunden. Ja. Instant-Contact. Ja, es geht zur Karte. Also Elemental-Hero-Spieler werden die Karte für jeden Fall spielen. Das ist ziemlich stark. Aber trotzdem sehr gute Ausbeute. Vor allem für ein Free-Display. Free-Display. Was würdest ich sagen? Hättest du dir das auch genommen? Ja. Auf jeden Fall kann man nur Danke sagen an das Giveaway. Sehr coole Ausbeute, ja. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst sie liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein.